Eloy, oh, die ist ein bisschen sehr laut, oder? Oder geht das? Ja, muss es schon gehen. Inklusiv. Einen Moment, Eloy. Na? Zero. Twitch.tv, Nerdvibe. Eine Stunde, oder beziehungsweise kurz bis, ja, kurz nach drei. Nach 15 Uhr. So, oder? Egal, man muss so einfach mal. Ja. So. Moment. So, jetzt. Ja, ganz kurz wollte ich mal nochmal meine Controller hier, mein Dilemma erzählen. Was ist Dilemma? Ich habe drei Controller erhalten, bestellt. Eigentlich wollte ich mir ja einmal, ich muss mal hier Pause machen, sonst geht das hier schief. Mal kurz, hier, der hier. Das ist ja jetzt der, den ja meine Community mit entschlossen hat und entschieden hat, dass ich mir diese Farbe zu kaufen sollte, der ist echt geil, oder? Der ist sowas von cool. Die Farbe ist genial, es ist halt ein Standard-Controller, ein PS4-Standard-Controller. Mehr auch nicht. Aber er ist neu. Das bedeutet, meiner ist echt ausgelutscht. Ich merke das jetzt immer mehr, nachdem ich den jetzt in der Hand habe und ausgepackt habe. Schauen wir mal. Den zocke ich jetzt an, weil ich ein Problem mit den anderen habe. Moment, ob das noch geht? Ja. Okay. Mache ich gleich mit dem Zocken. Ich habe mir eigentlich zwei weitere bestellt und zwar einmal, ganz was Feines, den Controller von Naken, weil ich eigentlich eine andere, ich sag mal, ich wollte den ausprobieren und da ist das gute Stück. Hoppla. Der ist echt cool. Der hat die Anordnung, diese Diagonale, diese asymmetrische Anordnung, wie ein Xbox-Controller. Seht ihr das? Und das Problem ist aber, leider, ja gut, Kabel gebunden, das wäre jetzt nicht mal das Drama. Ich spiele ja am PC hier. Ich kann mit dem Remote-Anschluss von der PS4 nur einen DualShock Wireless anschließen. Sprich, ich könnte gar nicht auf der PS4 am PC zocken, außer ich schließe die PS4 hier direkt an. Aber nachdem die ja da hinter mir steht, am Fernseher, in der Nähe vom TV, habe ich ja die PS4 über Remote hier angeschlossen. Und das ist mein Dilemma. Jetzt kann ich nur mit diesem normalen oder regulären Standard-PS4-Controller hier am PC zocken. Der PS4 selber ist dann natürlich wunderbar zu handhaben. Und jetzt bin ich echt am überlegen, was ich tun werde. Nachdem ich ja irgendwann mal eine eigene PS4 haben möchte, für mich hier zum Zocken einfach, ja, da müsste das ja gehen, dass ich dann meine Kontrolle hier anschließe, ganz normal. Hoffe ich. Weiß das jemand von euch? Ihr habt keine Ahnung. Ich hoffe es natürlich, dass es dann geht, weil es wäre ja Blödsinn, dass ich nur einen normalen Kontrolle von der PS4 hier zum Zocken verwenden kann, oder? Kann ja nicht sein. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Und vielleicht weiß das jemand von euch. Ich habe auch neben dem Controller noch einen anderen. Der ist so ein Standard. Also ich habe ein Unboxing gemacht, der erfährt noch ein bisschen mehr zu diesem Controller. Das wird voraussichtlich entweder heute Abend, aber eher morgen erscheinen. Auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Technik-Kanal. Und den dritten, wo ist er jetzt? Der dritte Controller ist auch ein Naken, aber das war der Naken Asymmetric Wireless Controller. Der ist mit einem Stick geliefert, wird der geliefert, mit einem schönen Stick. Mit einem Bluetooth-Stick. Den steckt man an der PS4 ein. Funktioniert wunderbar. Direkt an der PS4 anstecken und los geht's. Der ist jetzt hier auch. Was ist denn da heute los? Ich glaube, mein... Hä? Da stimmt eigentlich gar nichts. Irgendwie stimmt meine Keyframe halt nicht. Irgendwas stimmt da halt nicht. Keine Ahnung. Oh Mann. Das ist voll ruckelig, oder wie? Das habe ich nämlich vorhin gelesen, dass da was nicht stimmt. Instabil. Also ich zocke jetzt gleich mal weiter ein Stückchen und sehen wir mal, ob das dann funktioniert mit dem Zocken überhaupt, ansonsten werde ich das vielleicht mal nochmal wiederholen. Das ist ruckelig, da stimmt was nicht. Nein, die Internetverbindung ist voll instabil. Merkt ihr das auch, Leute? Ich habe da eine Meldung und irgendwas stimmt da nicht. Boah, ich glaube, ich kriege eine Krise. Da will ich einmal was zeigen und dann sowas. Ich fange jetzt mal kurz zum Zocken an und schaue mal, wie der läuft, dieser Controller. Und wie das... Dann zeige ich euch nachher nochmal den anderen Controller. Gott, Hilfe! Was ist denn hier los? Ich muss hier weg. Ich glaube, ich muss hier weg. Los! Lauf! Lauf! Jetzt ist es ruhig, oder? Oh Mann! So ein Mist hier. Oh oh! Oh oh! Oh nein, nicht! Ich will jetzt eigentlich nichts hier... Ich muss erst mal gucken, wo ich überhaupt bin. Keine Ahnung. Was sind das für Viecher hier? Also mit dem Pfeil geht gar nicht. Ich bin überhaupt nicht darauf konzentriert jetzt. Ich wollte euch die Controller eigentlich zeigen. Eispfeil? Nein. Na das. Ups. Ich auch. Oh Gott. Die sind echt schnell. Boah. Ah. Oh Gott. Das haben wir fast gedacht, dass die jetzt daherkommen. Ah, der verteidigt mich. Ups. Nein. Was ist denn da? Shit. Was meint das? Oh Mann. Aber das merkt man schon. Das ist ein riesen Unterschied. Da ist ein Fuchs. Bleib da, der Fuchs. Bleib da. Oh Mann. Gott. Oh Mann. Boah. Voll im Kopf weg. Oh. Boah. Boah. Tod. Tod. Verderbnis. Und. Nein. Ich habe ihn nicht erwischt. Was sind denn das für Teile hier? Jetzt. Ich will ja gar nichts einsammeln. Also, man merkt einen Unterschied. Ich brauche dringend einen neuen Controller. Das mag ich. Nur, das ist das dumme, dass ich den jetzt hier nicht verwenden kann. Nur direkt. Also echt blöd. Das ärgert mich jetzt. Oh mein, Leitung ist instabil. Das ist echt, das ist nicht schön. Ich glaube, ich mache da nur eine halbe Stunde und gehe dann wieder raus. Ich muss da was einstellen. Das kann ja gar nicht sein. Ähm, wo ist denn mein Tier? Ist der jetzt abgekaut? Oh Gott. Wo ist der jetzt? Ich bin unkonzentriert, weil meine Leitung nicht geht. Das ist echt scheiß. Das ist echt blöd. Wieso meine Internetverbindung nicht stimmt? Wo ist denn mein Tierchen hin? Was war denn das Metallgefäß? Oh. Hm? Wo ist denn die? Ich bin bloß mit der halben Seite hier. Das merke ich schon. So geht das nicht. Nein. An welchem warte ich jetzt an meinem Feuer? Wo steht mein Tier? Das gibt es ja gar nicht. Da ist er. Da ist er. Oder? Hey, ich wollte dich. Nein. Ich will dich doch. Ach nee. So nicht. Wow. Eigentlich habe ich gedacht, du bist mein Reittier, aber du bist nicht mehr mein Reittier, oder? Ach, komm hier. Dann halt nicht. Vielleicht vergisst du mich. Wow. Pech gehabt. Also ich werde jetzt gucken, warum meine Internetverbindung so schlecht ist. Leute, das war's dann mal für erst mal. Lass mal gucken, was da los ist. So geht's nicht. Da ruckelt's. Hallo. . Untertitelung des ZDF, 2020